Was ist der Grund, dass Gott den Bund mit den Völkern der Erde bricht? Was ist der Grund, dass Gott den Bund mit den Völkern der Erde bricht? Dass man sieht, dass das nicht irgendwo aus irgendeinem Text mal irgendwo rausgelesen wurde, sondern dass man das an ganz vielen Bibelstellen sehen kann, unter anderem auch in Saraya 11. Ich glaube, das wird spannend. Ich wünsche Gottes Segen und viel Gewinn beim Zuschauen. Ja, dann lesen wir zunächst mal den Text. Die Pracht des Jordans ist verstört. So spricht der Herr mein Gott, hüte die Schlachtschafe, denn ihre Herren schlachten sie und halten es für keine Sünde. Verkaufen sie und sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich, und ihre Hirten schonen ihre nicht. Darum will ich auch nicht mehr schonen der Einwohner im Lande, spricht der Herr. Und siehe, ich will die Leute lassen, einen jeglichen in der Hand des Anderen und in der Hand seines Königs, dass sie das Land zerschlagen, und will sie nicht erretten von ihrer Hand. Und ich hütete die Schlachtschafe, ja, die Elenden unter den Schafen, und nahm zu mir zwei Stäbe. Einen hieß ich Huld, den anderen hieß ich Eintracht, und hütete die Schafe. Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat, und ich mochte sie nicht mehr, so wollten sie mich auch nicht. Und ich sprach, ich will euch nicht hüten, was da stirbt, das sterbe, was verschmachtet, das verschmachte. Und die übrigen fresse ein jegliches des Anderen Fleisch. Und ich nahm meinen Stab Huld, und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Und er ward aufgehoben des Tages. Und die elenden Schafe, die auf mich achteten, merkten dabei, dass es des Herrn Wort wäre. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so bringet her, wie viel ich gelte. Wo nicht, so lasst's anstehen. Und sie wogen da, wie viel ich galt, dreißig Silberlinge. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin, dass es dem Töpfer gegeben werde. Ei, eine treffliche Summe, der ich wertgeachtet bin von ihnen. Und ich nahm die dreißig Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben würde. Und ich zerbrach meinen anderen Stab, Eintracht, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Judah und Israel. Und der Herr sprach zu mir, nimm abermals zu dir das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich werde Hirten im Lande aufwecken, die das Verschmachtete nicht besuchen, das Zerschlagene nicht suchen, und das Zerbrochene nicht heilen, und das Gesunde nicht versorgen werden. Aber das Fleisch der Fetten werden sie fressen, und ihre Klauen zerreißen. O unnütze Hirten, die die Herde verlassen, das Schwert komme auf ihren Arm und auf ihr rechtes Auge. Und ihr Arm müsse verdorren, und ihr rechtes Auge dunkel werden. Das sind also zunächst mal sehr ernste Verse, die wir hier lesen, die eigentlich wenig Trost haben, sondern die eine Zeit beschreiben finstersten Abfalls, und zwar weltweit und auch in Israel. Zacharja ist allgemein der Prophet der Wiederherstellung. Der hat geweissagt, so im Jahr 520 v. Chr., 516 v. Chr. war die babylonische Gefangenschaft zu Ende. Wenn wir uns erinnern, die Zerstörung des Tempels war im Jahr 586 v. Chr. durch Nebukadnezar. Dann kam die babylonische Gefangenschaft, und wenn man von 586, 70 Jahren abzieht, kommt man ins Jahr 516, 515. Und das war ungefähr auch so die Zeit, in der Zacharja geweissagt hat, und über die Rückführung Israels ins Land Israel gesprochen hat. Aber ausgehend von der damaligen Situation macht er Aussagen, die in der Endzeit erst kommen werden, so als ob Israel in der Endzeit noch einmal in eine sogenannte babylonische Gefangenschaft geführt würde, oder eine assyrische Gefangenschaft, oder auch sogar eine ägyptische Gefangenschaft, denn der moderne Staat Israel wird auseinanderbrechen, in zwei Teile, in einen Norden und in einen Süden. Das haben wir an anderer Stelle auch schon mehrfach uns angeschaut. Und dasselbe Thema kommt jetzt hier in Zacharja 11 wieder auf. Israel bricht auseinander in Ephraim und Judah, wenn man so sagen will, und wird noch einmal weggeführt werden, verkauft werden aus dem Land Israel. Das ist eine sehr heftige Aussage, wenn das betrifft den Staat Israel, den wir heute kennen. Und das wissen eigentlich auch alle Christen, weil wenn man sie darauf anspricht, wissen sie schon, dass in Zacharja auch steht, dass zwei Drittel des Volkes ums Leben kommt und nur ein Drittel übrig bleibt und auch dieses letzte Drittel noch einmal geläutert und gereinigt werden wird. Also Gott sichtet Israel, Gott sammelt Israel, aber er sammelt Israel zum Gericht. Das sagt Jesus unter anderem auch in den Endzeitreden. Das hört ihr aber kaum in Predigten, weil man das nicht sagen darf. Ich habe hier mal eine Auflistung gemacht, um mal so grob die Punkte aufzuschreiben, die Zacharja in Kapitel 11 behandelt. Da ist zunächst mal der Auftrag, die Schafe zu hüten. Dann ist eine Beschreibung des Abfalls vom Glauben von Gott. Und dann unterteilt sich es einmal in den Bundesbruch mit den Völkern. Gott zerbricht hier stellvertretend durch Zacharja. Und vielleicht können wir sogar sagen, stellvertretend durch Christus. Den Hirtenstab und deutet damit an, dass er den Bund, den er mit allen Völkern der Erde gemacht hat, gebrochen hat. Und dass das an dem Tag dann auch geschah und dass ein Mensch in die Hand des anderen übergeben wird und überlassen bleibt. Und gleiches gilt auch für Israel. Gott bricht seinen Hirtenstab. Christus bricht den Hirtenstab auseinander und erhebt die Einigkeit zwischen Judah und Ephraim auf. Israel bricht also auseinander. Und dann kommt ein törichter Hirte, der ein Bild ist auf den Antichristen, der kommen wird. Also Jesaja hat hier ein grobes, aber deutliches eschatologisches, endzeitliches Programm, was er uns hier vorstellt. Und ich habe hier den Text nochmal abgedruckt und hier auch nochmal die einzelnen Abschnitte mit einer Überschrift versehen. Der erste Abschnitt, den könnte man überschreiben mit der Auftrag, die Schafe zu hüten. Der zweite Abschnitt des Textes beschäftigt sich mit dem Abfall. Der dritte Abschnitt dann mit dem Bundesbruch Gottes mit den Völkern. Der vierte Abschnitt mit dem Bundesbruch Gottes mit Israel. Israel zerbricht. Und der letzte Teil beschäftigt sich mit dem Thema, der Antichrist kommt als ein törichter Hirte. Das ist so im Groben mal der Überblick über dieses Kapitel 11, dass man mal so ein bisschen die Struktur und den Ablauf wahrnimmt, dessen, was dort behandelt wird. Und wir lesen die Verse jetzt nochmal mit dem Wissen, was wir jetzt haben und mit den Zuordnungen, die wir hier getroffen haben. Dann kann man den besser verstehen und dann schauen wir uns die einzelnen Verse auch der Reihe nach an. Tue deine Türen auf Libanon, dass das Feuer deine Zedern verzehre. Heulet ihr Tannen, denn die Zedern sind gefallen und die Herrlichen sind verstört. Heulet ihr Eichen Basans, denn der feste Wald ist umgehauen. Das ist ein Bild auf die Pastoren, Gemeindevorstände, Pfarrer, Prediger, wer auch immer geistliche Verantwortung hat. Das sind die Zedern des Libanon, das sind die Eichen Basans, das sind die Tannen, die hohen Bäume, die vom Feuer verzehrt worden sind, die umgehauen worden sind. So wie hier steht, der feste Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten heulen, denn ihre Herrlichkeit ist verstört. Man hört die jungen Löwen brüllen, denn die Pracht des Jordans ist verstört. Also die Pracht des Jordans war der grüne Bewuchs rechts und links vom Jordan, weil in der Wüste am Jordan Wasser war. Und die Pracht des Jordans sind Bäume, die dort gewachsen sind. Und die sind alle verstört worden, so wie auch der Wald verstört ist und die Zedern verbrannt sind. Sodass junge Löwen brüllend umherstreifen und nach ihren Opfern suchen. Das ist ein Bild für die geistliche Situation, die wir durchaus auch heute in der Christenheit vorfinden. Und der Grund für die Gerichte, die im Anschluss jetzt in Zachariah 11 beschrieben werden. Ich habe das hier genannt, eine gerichtsreife Welt. Dann bekommt Zachariah den Auftrag vom Herrn, die Schlachtschafe zu hüten. Das erinnert so ein bisschen an das Wort aus Ezekiel, ich will mich meiner Herde selber annehmen, weil die Herden mittlerweile so abgefallen sind, so sündig geworden sind, so egoistisch geworden sind. Und die Herde so schädigen und zum Teil die Schlachtschafe schlachten und es für keine Sünde halten, so wie hier Vers 5 sagt. Dass sie die Schlachtschafe verkaufen und sagen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Das deutet so die Missstände in den Kirchen und Gemeinden, in den christlichen Kreisen an, wo die geistlichen Leiter in einem absoluten Egoismus nur noch an sich selber denken und die Schafe schlachten und verkaufen. Und das Erschreckende ist eigentlich, dass sie hier sagen, gelobt sei der Herr, sprechen sie. Gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Wenn dieser ganze Missbrauch, der in Kirchen und Gemeinden und Kreisen passiert, das kann geistlicher Missbrauch sein, das kann seelischer Missbrauch sein, das kann auch physischer und körperlich sexueller Missbrauch sein. Wenn der vorgenommen würde von Führern des Volkes, die ganz und gar von Gott abgefallen sind oder wären, dann könnte man sagen, das sind Kriminelle. Aber diese Leute hier führen immer noch den Herrn in ihrem Mund, weil sie sagen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Es sind also Leute, die auf der einen Seite die Schlachtschafe schlachten und sie verkaufen und sie missbrauchen und gleichzeitig Gottes Wort und Gottes Namen im Mund führen und sagen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Und ihre Hirten schonen ihrer nicht. Auf der einen Seite missbrauchen sie die Herde, und zwar in allen Disziplinen, die man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite führen sie den Namen des Herrn im Mund. Das ist das, was mich erschrocken hat bei dem ganzen Thema und noch immer erschreckt, dass das beides parallel möglich ist. Und weil der Abfall so schrecklich ist, deswegen kommt auch Gericht. Und deswegen steht auch in Vers 6, Darum will ich auch nicht mehr schonen der Einwohner im Lande, spricht der Herr. Und siehe, ich will die Leute lassen, einen jeglichen in der Hand des anderen und in der Hand seines Königs, dass sie das Land zerschlagen und will sie nicht erretten von ihrer Hand. Das widerspricht jetzt etwas unserer allgemeinen evangelikalen Auffassung, dass der Herr uns überall durchführt. Die Bibel schreibt hier von Schlachtschafen. Paulus sagt mal, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Der Auftrag der Gemeinde Jesu ist ein anderer, als dass wir durch alle Unbilden des Lebens hindurchgeführt würden von Gott und dass uns hier und dort nichts passieren könnte. Wir sind den Unbilden des Lebens und der geschaffenen Welt, in die wir hineingeworfen sind, genauso ausgesetzt wie andere Menschen auch. Es mag sein, dass Gott dann und wann Ausnahmen macht. Das macht er, wenn bestimmte Leute vielleicht bestimmte Aufgaben haben für den Herrn, dann hilft der Herr da auch aus. Aber eigentlich sind wir genauso Schlachtschafe, wie unser Herr Jesus Christus auch geschlachtet wurde auf Golgatha. Das ist die vornehmlichste Aufgabe und Berufung der Gemeinde Jesu, für den Glauben zu leiden und nicht mit heiler Haut durch jegliche Unbilden hindurch zu kommen. Das ist etwas, was aber heute kaum gepredigt wird, weil die Ohren hier sehr empfindlich sind und man will eigentlich auch einen anderen Gott und hat auch ein anderes Gottesbild. Im Prinzip ist Gott so etwas wie der Geist aus der Flasche. Dann reibt man da an der Öllampe und dann kommt Gott und dann kann man so drei Wünsche bei ihm loswerden. Ja, das ist das, wie im Allgemeinen heute oft Gott dargestellt wird. Aber die Bibel hat im Alten und insbesondere im Neuen Testament und besonders bei Paulus eine ganz andere Sichtweise der Gemeinde Jesu, die aber weithin kaum noch verkündigt wird, weil die Leute das auch nicht wollen. Gott sagt hier, er will die Einwohner im Land nicht mehr schonen. Er will die Leute lassen gehen, einen jeglichen in der Hand des anderen und in der Hand seines Königs. Wenn Israel gottlos gewesen ist, dann ist Gott nicht persönlich vom Himmel gekommen, sondern dann hat er Nebukadnezar geschickt oder Salmanassar oder den Rapschaken und hat sein Volk Israel in die Hände der Heiden gegeben. Und wenn Europa und auch unser Deutschland so abgefallen ist von Gott, dann gibt Gott auch den Menschen in die Hand des Menschen. Und dann passieren solche Dinge, wie wir sie jetzt auch erleben. Und das steht hier im Zachariah in Vers 6. Ja, ich siehe, ich will die Leute lassen, einen jeglichen in der Hand des anderen und in der Hand seines Königs, dass sie das Land zerschlagen und will sie nicht erretten von ihrer Hand. Das ist ein sehr ernstes Wort und skizziert meiner Meinung nach die Situation, in der wir uns heute befinden, aufs Beste. Und dann lesen wir Vers 7 von den zwei Stäben, von den zwei Hirtenstäben. Das sind Hirtenstäbe, die Zachariah da bekommt und die er auch zerbricht. Und da steht in Vers 7, Und ich hütete die Schlachtschafe. Das sind Hirtenstäbe, die Zachariah hier bekommt und die er dann auch zerbricht. Und der eine Stab steht für den Bund Gottes mit den Völkern der Welt und der andere Stab steht für den Bund Gottes mit Israel. Da steht in Vers 7, Das deutet an, dass ein geistlicher Hirte nach dem anderen vertilgt wird, ausgetilgt wird, weil Gemeindeleiter zu viele Kompromisse machen, weil sie sich zu sehr der Welt zuwenden, weil sie in fremden Hantierungen rummengen, die sie eigentlich als Gottesmänner nicht tun sollten. Oder weil sie einfach ihre Aufgabe auch in Gemeinden und Kirchen und Kreisen vernachlässigen, weil sie sich um sich selber sorgen und um sich selber kümmern. Und deswegen werden sie geistlich abgeschaltet. Gott schaltet die ab. Und vielleicht schaltet er sie sogar vom Leben ab. Denn hier steht, ich vertilgte drei Hirten in einem Monat. Oder in einem einzigen Monat. Ja, das deutet meiner Meinung nach an, dass das viele sind, die abgeknipst werden, deren Lampen verlöschen. Bei den Hantierungen, die vielfach getrieben werden im Hintergrund, und das geht nicht nur die Verkündiger an, das läuft in der Gemeinde selber auch, ist es kein Wunder, dass Predigten keine Aussagekraft mehr haben. Dass in den Predigten nur noch Allgemeinplätze kommen. Dass keine klare Verkündigung mehr im Volk Gottes ist. Das ist auch kein Wunder. Denn woher soll es denn kommen, wenn die Hirten Jesus nicht nachfolgen? Dann muss man seine Predigt aus Google zusammen googeln. Ja, und dann werden aus Predigten Vorträge oder Referate. Aber das ist nicht mehr die Predigt des Wortes Gottes. Und hier sagt Gott auch, ich mochte sie nicht mehr. Und sie wollten mich auch nicht. Das ist eigentlich so, wenn ihr heute im Beruf oder in der Schule oder im Alltag mit Menschen über Gott sprecht oder noch schlimmer über Jesus sprecht, dann ist den Menschen das peinlich. Sie wollen mich nicht. Und dann sagt Gott, ich mochte sie auch nicht mehr. Aber was passiert dann, wenn wir Gott nicht wollen und Gott uns nicht will? Dann zieht sich Gott zurück. Dann verwirft Gott uns. Und dann zerbricht Gott auch den Bund, den er mit den Völkern gemacht hat. Und der Bund, von dem hier die Rede ist und der Bund, den Gott mit allen Völkern gemacht hat, ist vornehmlich der Bund Gottes in Christus mit den Völkern der Welt. Der Glaubensbund in Christus, der hat alle Völker betroffen. Und Gott hat Huld erzeigt, allen Völkern der Welt in Christus, dass sie zum Glauben kommen können, dass er sie ruft zur Umkehr, dass sie zukommen sollen, dass er ihnen seinen Sohn gegeben hat. Das ist der Bundesschluss Gottes mit den Völkern. Und dieser Bund, der wird zerbrochen. Das heißt, die Gnadenzeit wird beendet. Die läuft ab. Deswegen steht in Vers 10, Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Also hier beendet Gott den Bund der Zuneigung, den er zu allen Völkern der Welt hatte in Christus, weil er sich wie der Israel zuwenden wird in der Endzeit. Und der Gnadenbund Gottes in Christus, der nimmt hier ein Ende. Ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Und er ward aufgehoben des Tages. Dieser Bund wird sofort aufgehoben. Es gibt eine Schwelle, die überschritten wird. Und nach dieser Schwelle gibt es kein Zurück mehr. Es gibt keine Möglichkeit mehr, diesen Bund wieder aufzunehmen. Und dann steht hier, Und die elenden Schafe, die auf mich achteten, merkten dabei, dass es das Herrn Wort wäre. Das sind nicht die fetten Böcke im Reich Gottes, sondern das sind die elenden Schafe. Denn die fetten Böcke achten nur noch auf sich selber und auf ihr Ding. Aber die elenden Schafe, die auf mich achteten, die auf Gott achten, die merkten, dass das nicht nur Gerede war, sondern dass das das Herrn Wort wäre. Dass Gott das redet. Gott redet und sagt, dass er seinen Bund aufhebt, dass der Hirtenstab zerbrochen wird und dass der Bund, den Gott mit allen Völkern in Christus geschlossen hat, beendet wird. Haltet, was ihr habt, damit niemand eure Krone nehme. So steht es in der Offenbarung des Johannes. Vers 12 Diese Passage erinnert natürlich sehr an den Verrat Jesu durch Judas. Judas hat Jesus für 30 Silberlinge verraten und das ist hier in Vers 12 schon vorhergesagt. Das Neue Testament nimmt auch Bezug hier auf Zachariah 11, Vers 12. Hier sind diese 30 Silberlinge erwähnt und wir wissen, dass Judas Gott verraten hat in Christus. Deswegen steht hier auch in Vers 13, der Herr sprach zu mir, Ei, eine treffliche Summe, der ich wertgeachtet bin von ihnen. Also Gott sagt, mehr bin ich ihnen nicht wert. Diese 30 Silberlinge war der Preis, den man für einen Sklaven bezahlen musste, wenn ein Stier oder ein Ochse den Sklaven verletzt und getötet hat. Da gibt es im Alten Testament eine Bibelstelle zu. Das heißt also, Judas hat Jesus für 30 Silberlinge verhökert. Das war ein billiger Preis. Gott ist ohnehin unbezahlbar. Christus ist unbezahlbar. Aber selbst nach menschlichem Maß war das wenig, was er da bekommen hat. Für diese paar Silberlinge hat Judas Jesus verraten. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Und dann steht in Vers 14, Und ich zerbrach meinen anderen Stab Eintracht, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Judah und Israel. Das heißt also, in unmittelbarem Anschluss an die Passage, die vom Verrat Gottes spricht, durch Judas, indem er Jesus verraten hat, sagt Vers 14, dass Gott den Stab Eintracht zerbricht und die Bruderschaft zwischen Judah und Israel aufheben wird. Der moderne Staat Israel wird auseinanderbrechen, in einen südlichen Teil Judah und in einen nördlichen Teil Israel oder Ephraim. Und diese Eintracht, die anfangs im israelischen Volk noch bestanden hat, in den Jahren nach seiner Gründung, die zerbricht. Und das sehen wir heute auch schon, wie zerstritten Israel ist. Politisch, sozial, finanziell, religiös, ethnisch, was auch immer ihr wollt. Und der Riss geht zwischen Norden und Süden. Wenn Israel auseinanderbricht, dann bekommen wir Strukturen, die wir aus der Antike schon kennen, aus der biblischen Antike kennen. Und das ist das, was ich immer sage, die biblische Antike, die wird sich eins zu eins wiederholen. Das heißt, der, der sich im Alten Testament auskennt und die alttestamentlichen politischen Strukturen kennt, der weiß auch, wenn sich diese Strukturen in der Endzeit dann politisch und geopolitisch wiederholen, wie weit wir in der Endzeit sind. Also das, was wir im Alten Testament lesen, das wird sich eins zu eins in der Endzeit wiederholen. Denn Zacharja schrieb ja ab 520 vor Christus. Das ist die Zeit, in der Judah aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkam. Aber Israel, das Nordreich Israels, ist ja schon im Jahr 722 vor Christus in die assyrische Gefangenschaft geführt worden. Also rund 150 Jahre, bevor Judah in die babylonische Gefangenschaft ging. Und der Norden Israels, also das antike Israel, das antike Ephraim, ist ja aus der assyrischen Gefangenschaft nie mehr zurückgekommen. Das heißt, wenn Zacharja das Judah meinte, seiner Zeit, also im Jahr 520 vor Christus und später, dann kann damals ja gar keine Bruderschaft zwischen Judah und Israel bestanden haben. Denn der Norden Israels war ja noch immer in der assyrischen Gefangenschaft und ist seit 2800 Jahren aus dieser assyrischen Gefangenschaft nicht zurückgekehrt. Also es gab damals gar keine Möglichkeit, zwischen Judah und Israel eine Bruderschaft zu haben. Und ganz davon abgesehen, war Judah gegenüber dem Norden Israels immer ablehnend eingestellt, weil das Heidenland war, weil das Mischvolk war. Während Judah sehr stolz gewesen ist darauf, dass alle Juden aus dem Stamm Benjamin und aus Judah mit Stammbäumen aus Babylon zurückgekehrt sind. Und in den Evangelien lesen wir auch davon, wie sehr die Juden, die Samaritaner verachtet haben. Also dieser Vers 14 passt nicht in die Zeit von Zacharja und auch nicht in die Zeit Jesu. Dieser Eintracht zwischen Judah und Israel, zwischen dem Süden und dem Norden Israels, der ist erst in der Endzeit, der ist erst in unseren Tagen überhaupt wieder möglich. Der war auch in dem modernen Staat Israel in den Jahrzehnten, in den ersten Jahrzehnten seit seiner Gründung. Aber mittlerweile merkt man, dass ein tieferes in diesem Volk besteht, sodass sogar die Rabbiner sagen, wenn da keine Einheit mehr besteht, dann wird Israel auseinanderbrechen, wie in der Zeit der Könige. Das ist in Israel heute geschrieben worden, ungefähr vor einem Jahr. Ich habe da auch ein Video drüber gemacht. Also dieses Land ist tief zerrissen in sich. Und wenn es irgendeine politische Rückbesinnung geben würde in eine eher konservative Richtung, dann steht durchaus zu befürchten, dass der Norden Israel sich dann vom Süden abspaltet. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Hier wird zumindest davon geredet, dass nach diesem Verrat oder vielleicht auch wegen dieses Verrates an Christus Israel auseinanderbrechen wird. Denn der Verrat an Christus ist in Vers 12 und Vers 13 beschrieben worden. Und der führt zu Vers 14, nämlich zu dem Aufheben der Bruderschaft zwischen Judah und Israel, wenn Gott den anderen Stab, den anderen Hirtenstab Eintracht, zerbrechen wird. Und dann kommt ab Vers 15 ein törichter Hirte und das ist ein Bild auf den Antichristen. Und der Herr sprach zu mir, nimm abermals zu dir das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich werde Hirten im Lande aufwecken, die das Verschmachtete nicht besuchen, das Zerschlagene nicht suchen und das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen werden. Aber das Fleisch der Fetten werden sie fressen und ihre Klauen zerreißen. O unnütze Hirten, die die Herde verlassen, das Schwert komme auf ihren Arm und auf ihr rechtes Auge, ihr Arm müsse verdorren und ihr rechtes Auge dunkel werden. Das ist jetzt die alte Lutherbibel. Das ist auch so recht Luther, ja? O unnütze Hirten, die die Herde verlassen, ich werde Hirten im Lande aufwecken, die das Verschmachtete nicht besuchen. Das ist so klassisch Luther, wenn er über seine Amtskollegen gescholten hat. In den neueren Übersetzungen, die dem Grundtext näher sind, steht hier die Einzahl. Da steht, denn siehe, ich werde einen Hirten im Lande aufwecken, der das Verschmachtete nicht besucht. Oder in Vers 17 steht, O unnützer Hirte, der die Herde verlässt, das Schwert komme auf seinen Arm und auf sein rechtes Auge. Sein Arm müsse verdorren und sein rechtes Auge dunkel werden. Das ist deswegen Einzahl, weil er es einen ganz bestimmten Hirten meint, nämlich einen törichten Hirten. Und dieser törichte Hirte, der hier gemeint ist, das ist der Antichrist. Und das, was hier beschrieben wird von diesem törichten Hirten, ist das, was er tun wird. Der wird das Fleisch der Fetten fressen und ihre Klauen zerreißen. Das ist ein Bild für die letzte Endzeit, wenn dann der Antichrist kommen wird. Jetzt sind wir mit dem Text eigentlich soweit durch und machen jetzt einen Sprung in Matthäus 27 und schauen uns den Text nochmal kurz an. Denn hier wird Bezug genommen auf Zacharja 11 und es geht hier um den Verrat des Judas und wir werden noch etwas Interessantes in dem Text hier finden. Es steht in Matthäus 27, Vers 3, da das sah Judas, der ihn verraten hatte, der Christus verraten hatte, dass er, nämlich Christus, verdammt war, verurteilt war zum Tode, geräute es ihnen. Also der Judas, als er sieht, dass Jesus zum Tod verurteilt wird, geräut es ihn und er brachte wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten und sprach, ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Also es sieht fast so aus, als ob der Judas vollkommen überrascht war darüber, dass Jesus plötzlich zum Tod verurteilt wurde. Judas hat gedacht, dass Jesus sich genauso aus der Affäre ziehen würde, wie er das vormals auch mehrfach getan hat und Judas hat wahrscheinlich gedacht, dass er hier eine schnelle Mark verdienen kann, wenn er Jesus verrät und er sagt, gut, Jesus hat ja auch Petrus gesagt, ist Gottes Sohn, der wird nicht sterben, die werden er nicht zum Tod verurteilen, der wird König Israels werden. Ob er soweit gedacht hat, weiß ich nicht. Eins ist klar, dass sein Plan irgendwie total gescheitert ist, denn er sieht plötzlich, dass sie ihn zum Tode verurteilen und jetzt kriegt er plötzlich Angst und dann brennt der Kittel ohne Ende. Der bringt wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten und sagt, ich habe übel getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Judas war ein Dieb. Judas hat vielleicht öfters mal in den Geldbeutel reingegriffen, denn der verwaltete ja das Geld für die Jünger und für Jesus und vielleicht hat er da und dort ein paar Ausgaben gehabt, die höher waren als das, was er eigentlich durfte und auch als das, was er den Mitjüngern und Jesus gesagt hat und da konnte er die 30 Silberlinge ganz gut gebrauchen, um die Kasse wieder aufzufüllen, vielleicht sogar so weit aufzufüllen, dass noch ein paar Silberlinge für ihn übrig blieben. Judas war ein Dieb und er hat gedacht, er kann hier schnelles Geld verdienen und dann ist die ganze Sache komplett schief gegangen. Judas hat sich verrechnet und viele Menschen verrechnen sich heute. Viele sagen, ja, ich kann auch warten mit meiner Umkehr, mache ich, wenn ich alt bin. Viele hören das Evangelium und sagen, ja gut, ich weiß das ja, aber ich will jetzt noch leben, ich will jetzt mein Leben haben, ich will mich nicht bekehren, ja, und verrechnen sich voll und ganz, denn wenn Gott ruft, muss man hören, man kann das nicht auf die lange Bank schieben, ja. Und Judas hat sich hier auch verrechnet, hat Jesus ausgeliefert und er sieht plötzlich, dass er zum Tod verurteilt wurde und jetzt schlägt ihm das Gewissen. Und dann steht in Vers 5, Also die hohen Priester und die Ältesten, ja, sie sprachen, was geht uns das an? Da siehe du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und er hängte sich selbst. Also die hohen Priester und die Ältesten wollen mit nichts mehr was zu tun haben, die sagen, das geht uns alles nichts mehr an, ist dein Problem, musst du halt selber sehen, wie du damit klar wirst. Und dann ist Judas wahrscheinlich voller Verzweiflung zum Tempel gelaufen und hat das vielleicht in den Opferstock werfen wollen und war so zittrig, dass er es nicht mehr hingekriegt hat und dann wirft er die Silberlinge einfach in die Vorhalle vom Tempel, läuft weg und hat keinen anderen Ausweg mehr als sich selber zu erhängen. Eine tragische Gestalt der Judas, eine tragische Gestalt, der war Jesus so nah und nimmt dieses Ende und das nur wegen Geld, nur wegen Silberlingen. Und dann steht in Vers 6, Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es taugt nicht, dass wir sie in den Gotteskasten legen. Können wir als Spende nicht leben für den Tempel, denn es ist Blutgeld. Also die hohen Priester wussten ganz genau, was mit dem Geld passiert war, dass das Blutgeld war, dass an diesem Geld Blut klebte. Aber sie kommen nicht zu der Überzeugung, dass an ihren eigenen Händen auch Blut klebt. Das nicht. Das Geld, das ist Schuld. Das Geld, das ist Blutgeld. Und der Judas war schuld. Sie auf keinen Fall. Sie weisen jede Verantwortung von sich. Sie haben kein Problem mit nichts. Sie haben auch nichts falsch gemacht. Das ist Blutgeld. Ja, das ist kein gutes Geld. Und dann sagt man, okay, dann halten sie einen Rat. Ja, sie hielten aber einen Rat und kauften den Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Zwei-Klassengesellschaft für die Pilger, die auf der Pilgerreise nach Jerusalem ums Leben kommen oder dort vielleicht versterben, die kann man da auf dem Töpfersacker verscharren. Und dafür reicht auch dieses Geld, dieses Blutgeld. Für die Pilger ist das allemal gut. Und dann hat sich so ein Begriff daraus gebildet in Vers 8. Daher ist dieser Acker genannt, der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Also die haben dann da zusammengesessen, haben das Geld in der Mitte auf dem Tisch gehabt vor sich und haben gesagt, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Spenden können wir es nicht. Den Armen geben wir es auch nicht. Irgendwas müssen wir ja machen damit. Na ja, dann kaufen wir halt so einen alten, ausgebuddelten Acker, wo der Töpfer seinen Ton über Jahre rausgeschaufelt hat und der für sonst nichts zu gebrauchen ist. Und die 30 Silberlinge, womit man ja normalerweise nur Sklaven kaufen kann, der reicht aus, um diesen Töpfersacker zu kaufen. Und wegen dieser ganzen Sache ist dieser Acker genannt, der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Also es hat sich so als stehender Begriff da festgemacht. Scheinbar wusste das Volk schon, was da im Hintergrund gelaufen war. Und dann steht in 27 Vers 9, da ist erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, da er spricht, sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt war der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel und haben sie gegeben um den Töpfersacker, wie mir der Herr befohlen hat. Und da nimmt Matthäus dann Bezug aufs alte Testament, auf das, was der Prophet sagt. Allerdings, und das ist das Erstaunliche, zitiert hier, und das wollen wir uns noch kurz ansehen, zitiert hier Matthäus nicht Zacharja, sondern offensichtlich Jeremia. Denn in Vers 9 steht, da ist erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, da er spricht, sie haben genommen 30 Silberlinge. Und das schauen wir uns mal genauer an, weil das ja zunächst mal aussieht, als ob hier ein Widerspruch in der Bibel ist, oder als ob sich der Matthäus vertan hat. Da habe ich euch hier mal ein Bild mitgebracht von meiner Bibel. Das ist Matthäus 27. Das ist der Vers, von dem wir gerade hier gelesen haben. Das ist nochmal in etwas vergrößerter Form. Da steht, da ist erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia. Und da hat die Skoffelbibel eine interessante Anmerkung, und zwar steht hier die in der Anmerkung 2. Es mag hier eine Anlehnung an Jeremia 18, Vers 1 bis 4 und 19, 1 bis 3 vorliegen. Aber die angeführte Stelle ist eindeutig Sachaja 11, Vers 12 und 13. Eine Überlieferung des Talmud sagt, dass die prophetischen Schriften in folgender Reihenfolge in den Kanon aufgenommen wurden, Jeremia, Hesekiel, Jesaja und so weiter. Viele hebräische Manuskripte haben diese Reihenfolge. Also zitierte Matthäus diese Stelle als aus der Rolle des Propheten stammend und nannte den Namen des ersten Buches, nämlich Jeremia. Und das habe ich mal nachgeschlagen im Internet und habe im Talmud ein bestimmtes Kapitel gefunden und da steht, die Rabbanan lehrten, also die Rabbiner lehrten, das war eine bestimmte rabbinische Schule, die ungefähr vom 2. bis, vom 2. vorchristlichen Jahrhundert bis zum 2. nachchristlichen Jahrhundert angedauert hat. Die Rabbanan lehrten, die Reihenfolge der Propheten ist wie folgt, Jehoshua, also Joshua, Richter, Samuel, Könige, Jeremia, Hesekiel, Jesaja und die zwölf kleinen Propheten. Merke, Hosea war ja früher, denn es heißt, Anfang der Worte des Herrn mit Hosea. Und da er nicht zuerst mit Hosea redete, denn von Mose bis Hosea waren es viele Propheten, so erklärte Rabbi Johannan, er war der erste von den vier Propheten, die zu jener Zeit geweissagt haben, nämlich Hosea, Jesaja, Amos und Misha. Somit sollte er doch Hosea an die Spitze setzen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also die sagen, da gibt es eine bestimmte Reihenfolge der Propheten und die geht von Joshua, Richter, dann kommt Samuel, Könige, Jeremia, Hesekiel, Jesaja. Und etwas weiter unten schreibt der Talmud, Merke, Jesaja war ja früher als Jeremia und Hesekiel. So sollte er doch Jesaja an die Spitze setzen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und jetzt erklären sie, das Buch der Könige schließt mit Zerstörung. Jeremia enthält nur Zerstörung. Hesekiel beginnt mit Zerstörung und schließt mit Trostverheißung. Und Jesaja enthält nur Trostverheißung. Wir schließen daher Zerstörung an Zerstörung und Trostverheißung an Trostverheißung. Das bedeutet, dass der Talmud folgende Reihenfolge festlegt. Jeremia, dann Hesekiel, dann Jesaja. Und in einem Traktat, was ich hier zugefunden habe, von einem Markus Heckerle aus dem Jahr 2011, da steht, dass es die vorderen Propheten gab und die hinteren Propheten. Und diese hinteren Propheten begannen mit dem Buch Jeremia, dann kam Hesekiel, dann Jesaja und dann kam das Zwölf-Propheten-Buch von Hosea bis Malachi. Jeremia, Hesekiel und Jesaja bilden mit dem Zwölf-Propheten-Buch die sogenannten hinteren Propheten. Die hinteren Propheten beinhalten das Buch Zacharja. Und das bedeutet, dass Matthäus in Kapitel 27 die Verse aus Zacharja 11 aus den hinteren Propheten, die mit dem Buch Jeremia beginnend zitiert. Und deshalb nennt Matthäus als seine Zitatquelle den Propheten Jeremia, obwohl seine Bibelstelle selbst im Propheten Zacharja steht. Damit haben wir dann auch das Problem gelöst und erklärt und gesehen, dass Scofield hier recht hat, wenn er das anmerkt. Und wenn wir uns diese Übersicht nochmal hier zu Gemüte führen, die wir uns anfangs angeschaut haben, dann begann unser Text mit dem Auftrag Gottes an Zacharja die Schafe zu hüten. Dann wurde der Abfall beschrieben. Dann kam der Bundesbruch mit den Völkern. Dann der Bundesbruch mit Israel. Israel zerbricht in zwei Teile. Und zum Schluss kommt der Antichrist als ein törichter Hirte. Damit haben wir hier in Zacharja 11 eine grobe Abfolge dessen, was in der Endzeit passiert. Und ganz ehrlich muss ich sagen, dass mich diese Aussagen, die hier in diesem Kapitel gemacht werden, sehr an unsere heutige Zeit erinnert. Fast findet man alles das wieder, was wir heute in vielen Gemeinden und Kreisen und Kirchen leider sehen. Nicht in allen. Es gibt sehr löbliche Ausnahmen. Es gibt Pfarrer, es gibt Pastoren, es gibt Prediger, die stehen ihren Mann, auch in so Zeiten wie jetzt. Die kämpfen fürs Evangelium. Das muss man auch sehen. So Leute muss man respektieren. Die muss man ehren. Denen muss man Respekt entgegenbringen. Und die muss man auch schützen, wo es nötig ist. Denn die stehen manchmal unter sehr hartem Feuer. Das bekommt die Gemeinde vielleicht nicht immer mit, aber je nachdem, in welchem Konvent die sind oder in welchen Bezirkstreffen, die sich dann treffen, haben die manchmal einen sehr, sehr schweren Stand. Und dann sind die unter ihren Kollegen isoliert, weil sie Jesus nachfolgen wollen. Und sie sind vielleicht in der Gemeinde isoliert, weil die Gemeinde gerne modern sein will und in diesen ganzen Abfallsbewegungen drin ist. Und dann werden das sehr einsame Leute. Und wenn ihr solche Leute trefft, die in Verantwortung sind und für Jesus Christus einstehen und für sein Wort, dann unterstützt die Nachkräften. Die brauchen das. Das ist wichtig. Wenn wir das nicht tun, werden wir an denen schuldig. Denn Gott sorgt auch für seine Pastoren und Prediger und Pfarrer und nicht nur für die Gemeinde. Das sind manchmal auch Elende und auch Schlachtschafe, so wie Paulus das im Neuen Testament von sich auch sagt. So, jetzt haben wir also mal einen schönen Überblick über das, was in Sachaja 11 steht. Das ist auch in einem Gesamtzusammenhang zu sehen in dem ganzen Propheten. Und wenn Gott will, dann schauen wir uns auch noch die übrigen Kapitel an, sodass wir auch ein bisschen Überblick über Sachaja bekommen. Aber ich finde das sehr, sehr schön und staune über die Struktur, die in diesem Text ist und freue mich, dass wir das hier so finden können, weil uns das Licht ist auf unserem Weg, den wir heutzutage zu gehen haben. Ja, ich finde diese Aussagen da in Sachaja hochspannend, dass man diese ganzen Themen da wiederfinden kann, die wir jetzt in anderen Videos auch schon angeschaut haben und an anderer Stelle auch in der Bibel gefunden haben, dass man die alle in Sachaja 11 jetzt sieht und dass die da auch wieder auftauchen. Sachaja, der Prophet der Wiederherstellung als Israel aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen ist, hat der Geweih sagt. Und jetzt findet man diese Aussagen auch wieder da und zwar als prophetischen Hinweis für die Endzeit. Ich finde das wichtig, dass man sich das anschaut und dass man in den Aussagen auch fest wird und fest werden darf, dass man sehen kann, dass die Bibel wie aus einem Guss ist. Das hat Gottes Geist den Propheten im Alten Testament eingegeben und auch den Aposteln im Neuen Testament. Das ist ein Guss, das passt zusammen, das hat Sinn, das hat kausale Bezüge, das ergänzt sich gegenseitig. Also es ist einfach ein großes Wunder, sodass wir fast sagen können, wir sind Christen, wir glauben nur, was wir sehen. Wir glauben das, was wir sehen im Wort Gottes. Da sehen wir, da werden uns die Augen aufgetan und da schauen wir hinter die Kulissen und dürfen teilhaben an Gottes Plan und ich glaube, dass der Paulus und die Apostel damals in den Urgemeinden auch diese Themen bewegt haben. Klar, die hatten noch kein neues Testament, die haben Zacharja gelesen, die haben Daniel gelesen, die haben Jesaja gelesen, Jeremia gelesen und haben sich einfach gefreut über diese Wahrheit in Gottes Wort und das dürfen wir heute auch tun. Ich staune eigentlich so ein bisschen darüber und muss auch ein bisschen schmunzeln, weil bei so Themen wie Antichrist oder Daniel 9 Entrückung, da gibt es jede Menge Kommentare und ganz viele sagen, oh, was du sagst, ist falsch, weil wir haben dann eine andere Theologie kennengelernt als die deine. Ja, gut, das sage ich, das ist okay, aber wir verbreiten ja keine Theologien und verteidigen auch keine Theologien, sondern wir verbreiten das, was in Gottes Wort steht und das verteidigen wir auch und da schauen wir uns auch an und daraus müssen auch die Theologien abgeleitet werden. Das heißt, wir gehen also zur Quelle zurück. Als es um die Wiedergeburt Jerusalems ging, da wurde es dann schon ruhiger und wenn es um so Themen geht wie jetzt und das Auseinanderbrechen Israels, da ist es still. Warum? Weil die Leute, die sich das anschauen, die sind erstmal verwirrt und reiben sich die Augen und sagen, habe ich noch nie gehört. Dann schauen sie in ihren Auslegungen nach, dann googeln sie das Thema, dann gehen sie in YouTube und suchen Pastoren, die darüber sprechen, Wiedergeburt Jerusalems, Zerbrechen des modernen Staates Israel und dann finden die nichts. Und dann schauen die mit runzliger Stirn die Videos an und sagen sich, komisch, das habe ich ja noch nirgendwo gehört. Und dann müssen sie eigentlich die Bibel aufmachen. Dann müssen sie ihre Bibel lesen und dann kommen sie an den Kern der Dinge und vielleicht versteht dann der eine oder andere den Unterschied zwischen Theologien, die veralten können und dem Wort Gottes, was immer jung bleibt. Und wo wir uns draus ernähren, wir verteidigen keine Theologien, wir schauen es das Wort Gottes selber an. Theologien sind hilfreich, ja, da wird systematisch aufgearbeitet, wie bestimmte Glaubensthemen zu verstehen sind, aber das sind nur Hilfsgerüste und die können sich auch dann und wann schon mal verselbstständigen, ja, wie so dieser Zeitpunkt der Entrückung und so weiter. Man sieht das auch an vielen evangelikalen Auslegern, habe ich ja auch in dem Video gezeigt, ja, so als Beispiel, die sagen dann, dass nach 49 Jahren, also nach sieben Jahrwochen, wie diese Jahrwochenordnungen da in Daniel 19, Jerusalem wieder gebaut worden wäre. Das ist klassische Theologie, ja, die Bibel sagt, dass nach sieben Jahren, also nach sieben Jahrwochen, respektive 49 Jahren, ein Gesalbter kommt, ein Fürst und nicht das Jerusalem wieder gebaut wird. Und da findet man so ganz viele Sachen im Standbild Daniels und so weiter und überall findet man eigentlich, dass die Theologien da manchmal Aussagen machen und sich so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so verfestigt haben mit irgendwelchen Annahmen, dass die vom Bibeltext wegführen. Und das haben wir ganz, ganz oft festgestellt, ja. Und das ist auch so ein bisschen der Sinn und Zweck dieses Kanals, dass wir uns die Bibel schnappen und so ein bisschen durch die Bücher der Bibel stromern und hier eine Blume pflücken und da eine Blume pflücken, bis so ein kleiner Strauß daraus entsteht, ja. Und uns einfach freuen daran, dass wir die Wahrheit gefunden haben in Jesus Christus und in seinem Wort. Und das besteht den christlichen Theologien gegenüber, das besteht auch der jüdischen oder den jüdischen Theologien gegenüber, das besteht auch gegenüber dem Talmud und ist eigentlich etwas, wo man sagen kann, das ist ein fester Grund, auf den man bauen kann. Das heißt, wir glauben also nicht irgendwas, wir haben nicht irgendeinen Glauben an irgendetwas und vor allem sind wir auch nicht klugen Fabeln gefolgt, wie der Petrus schreibt in seinem Brief, sondern wir glauben an das Wort Gottes und wir glauben an den Sohn Gottes und wir glauben, dass er kommt und wir wissen, dass wir die Wahrheit gefunden haben und in der Hoffnung gehen wir auch durch so dunkle Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Da gehen wir hindurch, ja, und ab und zu erfrischen wir uns da an der Bibel und dann gehen wir weiter. Und wenn Gott Gnade schenkt und euch die Möglichkeit gibt, dann erfreuen wir uns an Geschwistern, ja, und sagen, wir haben den gleichen Glauben und dann gehen wir weiter, Day by Day, Stück für Stück. Jesus sagt, wenn ihr das seht, erhebt eure Häupter, ja. Also gehen wir weiter, immer weiter, bis der Herr kommt, ja. Und so wie er seine Wege hat für uns, so sind wir damit einverstanden und zufrieden und gehen an der Hand des guten Hirten. Das ist etwas Schönes, ja. Gerade in so Zeiten wie jetzt. Wir haben die Wahrheit gefunden und wir können nichts wieder die Wahrheit, sagt der Paulus. In dem Sinn, euch alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen, viel Geduld, viel Glaubensmut, ja. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bis dahin. 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 Bis dahin.